Hey Leute, heute werden wir uns das eigenes Brombeereis herstellen und viel Spaß! Und dann können die sie pflücken, so wie die sie... und dann kommen sie in den Eimer. Wenn die Brombeeren zu groß sein, fallen die sogar von selber ab. Natürlich bekommt man auch dreckige Hände, also nimmt euch ein Taschentor oder so mit. So, nun haben wir alle Brombeeren gesammelt, und zwar hier. So, jetzt wasche ich die, tue den Sieb, damit die abtropfen. Dann tue ich sie wieder in eine Schüssel, püriere sie mit einem Pürierstab, weil ich keinen Mixer habe, keinen großen Standmixer. Und danach presse ich die nochmal durch ein Sieb, weil ich die Kerne nicht in dem Eis haben möchte. Und ja, dann kommt Brombeermousse-Saft raus. Und den werde ich mit Schlagsahne verrühren, ab in die Gefriertruhe. Und dann kann man ihn nach ein paar Stunden genießen. Musik 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 Zum Schluss habt ihr ein wenig angeschlagene Schlagsahne, den Brombeerensaft drin und ein wenig Zucker und Vanillezucker. Und das ist jetzt so ein bisschen flüssig und das macht man jetzt in so Behältern, wie ihr wollt, und ja, ab in die Gefriertruhe. Musik Vor einigen Stunden ist jetzt das Eis endlich fertig gefroren. Hier haben wir es. Es ist leckeres Brombeereis und es schmeckt super. Echt lecker. Musik So, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt doch dem Video einen Daumen hoch und schreibt einen Kommentar. Vielleicht habt ihr noch andere Eichsorten gemacht. Schaut doch mal bei meinen anderen Videos vorbei, da unten oben. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Musik 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 Musik